ja hallo und herzlich willkommen zur neuen folge star wars battlefront heute wieder mit bei unser wiggel hallo wiggel ja wir haben letztens ja zwei missionen bereits gespielt und jetzt suchen wir noch die weiteren nächste mission ist endor endor das ist das ist der evok planet da der wald planet mit diesen kleinen bären da ja die hieß noch evox oder doch der ist evox war ja eigentlich der letzte teil von starstheologie dürfen alten starstheologie muss natürlich sagen zwischen ist der teil ist episode 6 ich habe heute gerade den bericht gelesen in welchen reihe folgen man sich als star wars ansehen sollte da wurde tatsächlich gesagt man soll sich zuerst teil 4 bis 6 ansehen und dann erst 1 bis 3 keine ahnung aber wahrscheinlich weil damals der flow auch so war wahrscheinlich dass man dann technikmäßig dann zuerst die schlechter sieht man die besser nicht umgekehrt keine ahnung ja ich weiß ich vielleicht darum ja was nehme ich jetzt für eine waffe gibt es andere gibt es nah brust ich habe keine abust du hast das spring ding ne also hier gibt es noch eine mit armbrust und mit der rakete und da gibt es einen mit dem sprung und du sprichst von den händen oder was ja genau da haben wir johntorpedo ein armbrust tatsächlich jetzt sehe ich es gerade stimmt ist der abo ist besser johntorpedo ist auch geil gegen atst ja bin nehme ich sicher diese also komm ich auch schon wieder die gleichen genau na gut dann starten wir mal haben wir die gleichen hände genutzt das sieht doch so echter dachte vorhin im ersten video echt das sei eine echte filmsequenz oder war es wirklich die filmsequenz ihr sabotageakt war erfolgreich allerdings rückt der feind jetzt zu ihrer position vor wir kommen um sie zu evakuieren aber sie müssen bis zu unserer ankunft ausharren möge die macht mit ihnen sein wieso verstehst du jetzt in ein blaues faden kommt sie wenn wenn ich ins visier komme also das ist ja geil hier im wald ey man sieht ja voll voll nix ey jetzt haben wir keinen sprungpettel schau mal was dieser armbrust kann hat die mehr schuss oder hat die auch nur einen schuss oder was sie aufgeladen wow wenn ich auf zogen gehe ist der roter visier ey wo denn hinter dir hinter mir super ein schuss und weg ist er das geilste wenn die wenn die trifft sieht es aus ob die auch laufen würden so mega nach hinten gebeugt und trotzdem weiter ballern ja jetzt haben wir mal hier die dinge ein diese power dinge kapsel 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 Wer schießt denn auf mich? Trouille abgeschossen wollen. Da unten sind die. Das ist wie ein Schocktrooper wieder. Imperialen Truppen sichern das Gebiet um die Händungskapsel. Wir müssen uns stoppen. Wo? Exzellent. Aber halten Sie sich bereit für den nächsten schweren Angriff. Leben. Ich muss die Kapsel verteidigen. Bleib besser kurz hier. Wir empfangen feindliche Signale. Kommt weiter hoch. Ich hab kein Checkpack. Du musst schauen, wo die Brücke aus nach oben geht. Das sind wir am Ende von den ganzen Bäumen. Jetzt geht's da hoch. Ich hab auch gefunden. Ich sehe noch keinen. Komm. LOL, hast du gerade die Ewoks verscheucht? Ja. Cool Schauspieler, Christian. Du hast mich getroffen hier. Dufer. Schocktrooper. Ich hab ihn. Du schießt in einen Baum rein. Da war einer. Kannst du hier runter springen ohne zu sterben? Kannst du. Und tot. Hast du auch Schaden genommen beim Springen? Ja. Das wird angekratzt. Das wird angekratzt. Das ist besser, wenn ich runter springe. Boah, ich kriege... Ich kriege... Ich kriege mal Shit. Innen probieren sie schon wieder. Irgendwo. Sie sind gleich in Reichweite unserer Scanner. Boah, Scharfschütze. Okay, so ein Truppenschild. So sieht das aus. Sie haben sie abgewehrt vorläufig. Da bist ja. In Kürze müsste in ihrer Nähe eine Versorgungskapsel landen. Unser Scanner haben noch eine Rettungskapsel geortet. Ja, jetzt kommt einer. Ich habe schon lange darauf gewahrt, dass einer kommt. Das ist die Rettungskapsel in der Hand der Rebellion. Der Feind ist in ihrer Zone. Der Feind ist in ihrer Zone. 0810 1 Einer ist gut. Was war das denn? Hm? Was war das für eine Raketenwärme? Das sind Droide. Ich habe mir gedacht, ihr seid ja schon weg. Wo ist der ATST? Wir haben die Rettungsgapsel gesichert. Ihr müsst irgendwo in einer ATS-Tier sein. Hast du dich beschwert, oder? Nein. Da kommt er! Oh, scheiße! Er kommt! LOL! Thermalgranate! Ich will sicher, dass die gerade tödlich ist für den! Hast du eine Granate genommen? Nein, die habe ich nicht bekommen im Pack drin. Ja, die hat voll da reingehauen. Oh, ich habe wieder einen! Sprung-Trocken! Ja, im Jetpack. Da kommen sie. Das ist geil, wenn du diesen Jetpack triffst, wie die da rumfliegen und explodieren. Was? Sind die oben? Okay, über mir muss einer. Ja, da oben, da. Boah. Ja. Ich nehme das Herz mal ein. Ja. Ja. Okay, ich glaube, ich mag nichts mehr, dass ich die Granate als Hand kriege. Ja, das ist schon heftig. Ich glaube, wir datieren in dem Waldgebiet Luftleute. Oho! Luftleute, komm. da kommt einer was, woher schießen die? da unten oder oben ach verdammt, das ist ja so nah schon aber weißt du was Achtung Bombe, Granate verdammt war schon vorbei alle feindliche Leidheiten besiegt wir haben eine Versorgung ok, ich habe ein Trockenschild bekommen ich habe auch ein Trockenschild was kann es sein, da ist die Kapsel rein Rettungskapsel geordnet, drückt zu ihr vor und sichert sie ich stelle mal ein Schild ok Gold gehört die Rettungskapsel uns LTSC näher sich in ihrer Position wo ist der wo? oh, ich habe voll getroffen jetzt sind das Ding truppen spinnen doch wir haben die Rettungskapsel in Besitz genommen ok raus mit den Dingern, was gibt es, was gibt es, was gibt es geschützt, was? oh, wieder geschützt ein Panzer ist, hat er ein Panzer? LTSC, ja oh, weg ist er bereit halten für nächste Angriffswelle oh haben den Ewok gehört ich habe ihn in den Arsch geschossen nichts zu leben, ok ich habe es gerade gesehen du hast es schon eingenommen oh, die ist getarnt bekommen gerade bin die Tarn ist ich gar nicht, doch jetzt oder nicht doch jetzt dann der Typ ist weg sehr gut hast du die Drain-Mack geschossen? das habe ich noch gar keine gesehen das habe ich noch gar keine gesehen Power up oh, so eine spezielle Dings will ich noch haben wieder wir sind zu weit weg wir sind zu weit weg ich habe ein Schuss bekommen dass ich den da bin Wir haben es geschafft! Wer sie? Wir haben es geschafft! Ha ha ha! Wir haben es geschafft! Da ist ein E-Wog wieder. Hallo? Ich muss da jetzt treffen. Kapsel da vorne. Kannst du nicht hören? Ah, jetzt ist sie weggerannt. Oh je. Wie ist ein ITST? Ja, ich suche einen Krat. Mach mal Luftangriff, der. Oh, oh, oh. Das ist eine Rakete, was? Ja, du suchst wieder. Da kommt er. Oh, scheiße. So chilled. Fast gestorben. Glück gehabt. Eine Rakete war bereit. Okay. Okay. Oh, knapp. Excellent. Aber knapp eben. Wie fern? Fast gestorben? Okay. Oh, das gibt mir was. Das gibt mir nichts. Jetzt. Und, was hab ich? Oh, Annäherungsbombe. Ah, ich hab schon wieder so einen Scheißluftangriff. Das ist scheiße. Ne, Truppenstil. Ja, gut. Was ist hinter uns? Wow, woher? Ah, der ist getarnt. Wow, was machst du? Danke vielmals. Ich steh auch noch da, gell. Doch, wenn wir an Togenzeichen, ich bin weggelaufen. Ja, kein Wunder. Da hat das Atelier an... äh, Dings da. Lord, ich bin geblendet. Ich auch. Ich hab noch zugeschaut, wie er sie geworfen hat. Ich hab noch zugeschaut, wie er sie geworfen hat. Dachte so, hm, überlebst du das oder nicht? Alle Mann auf Gewichtsstation, da kommen Sie wieder! Komisch, dass keine... keine... Boah, jetzt haben wir Friede. Boah, von allen Seiten vor allem. Ja. Hier kommen sie schon. Verdammt! Und, ich brauche es auch da. Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Oh, war das so leicht. Okay. Ja, gut. Wir haben eine Versorgungskapsel für Sie abgeworfen. Okay, hab ich gehört, nächstes Mal mal alles auf schwer. Das ist erstmal alles normal ruhig, und dann kann man alles sagen. Na klar. Da ist die nächste Bälle. Die letzte Bälle. Ich mach die Kapsel ja. Oh super. Wat? Schnell zur Kapsel. Wo bist du? Ich lauf zur Kapsel. Kapsel wäre er nicht. Oh oh, da ist der Roboter. Echt? War der Kapsel. Ja, ich seh ihn. Boah. Krass. Boah, sind zwei! Nein! Ach du Scheiße. Nein, hab ich weg gemacht. Ja, ich sterbe ja. Ich bin gerade zum Fliehen. Puh, verdammt ey. Wo ist der Wurf? Ja. Ja. Ja, ich komme schon. So, jetzt. Überlebt noch. Verdammt. Nein, 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 nein. Nicht auf mich. Nein, 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 nein. Sie haben die Sturmtoppel. Okay, gut. Hat's nicht besiegt. Puh. Und das ohne Kapsel. Verdammt. Ja. Echt Punkte. Oh, jetzt war ich überfass die Übung. Ja, verwende Leben, sind wir im Gleichstand. Ja, das war echt zu viel teilweise. Ja, 18 Minuten haben wir gebraucht. Ja, aber wir haben Profis. Genau. Und warst du ja erster als Hot Dogs? Hat er hier anscheinend nicht gespielt. Wird nicht angezeigt. Okay. Ja gut, das war's dann wieder mal für heute für Star Wars Battlefront Coop. Wenn es euch gefallen hat, schaltet euch das nächste Mal wieder ein, bei, wenn wir die letzte Mission noch starten. Und somit sage ich mal danke fürs Zusehen und vielen Dank an Wiggles fürs Mitmachen. Oh, bitte. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.